Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf ThieleFootball zum nächsten Stadion-Vlog. Heute der Beginn wieder aus der Natur heraus, aber die Natur ist nicht im Sauerland, sondern in Mönchengladbach. Denn gerade bin ich noch am Borussia-Park Samstagabend kurz vor sechs und es geht weiter Richtung Gelsenkirchen. Denn für uns Schalker steht heute ein wichtiges Duell in der zweiten Bundesliga auf dem Programm. Fanfreundschaft gegen Nürnberg ist immer wieder besonders, aber rein sportlich wird es wichtig sein, drei Punkte zu holen. Ich hoffe, dass das gelingen wird nach den zuletzt ganz guten Unentschieden gegen Karlsruhe und Hannover, aber wir brauchen unbedingt einen Sieg. Ich habe Bock, ich freue mich auf das Hauptspiel der zweiten Bundesliga, Schalke gegen Nürnberg. Also auf geht's von Mönchengladbach Richtung Gelsenkirchen. Angekommen auf Schalke und der zweiten Bundesliga, Schalke gegen Nürnberg, Schalke gegen Nürnberg, Schalke gegen Nürnberg. Um Viertel vor acht. Also Torhüter mit Ralle Fährmann und Marius Müller sind schon beim Aufwärmen. Die Mannschaft zieht dann gleich nach. Und damit starten wir jetzt auch direkt mal mit dem Blick auf unsere Startelf. Karel Gerratz vertraut fast dieselben Elf wie gegen Hannover 96. Eine Änderung. Assan Uedraogo hat es aufgrund von muskulären Problemen nicht geschafft. Hoffentlich ist er nächste Woche wieder mit dabei in Elversberg und dafür spielt Yusuf Kabadai. Auf der Bank sitzt erneut Steven van der Sloot. Ron Schannenberg ist zurück nach Verletzung. Sieht auf jeden Fall ganz in Ordnung aus. Aber ich glaube auch, dass es ein schwieriges Spiel wird. Natürlich ist Nürnberg ein Gegner, den du schlagen kannst. Die da zwar auswärtsstark sind, aber auch nicht konstant punkten. Aber ich glaube, das wird ein schwieriges Spiel heute. Natürlich brauchen wir aber zwingend den Sieg bedingt durch die Tabellensituation. Gute Nachrichten gab es ja von unserer Konkurrenz. Osnabrück hat verloren. Rostock hat verloren. Wiesmann hat verloren. Und noch irgendwer hat gestern verloren. Also die Ausgangslage auf Schalker Sicht könnte kaum besser sein. Aber Schalke ist halt auch Schalke und wäre fast schon typisch, wenn sie es nicht nutzen. Wir müssen es nutzen. Parkplatz auf jeden Fall schon sehr, sehr gut gefüllt. Klar, auch nur eine Dreiviertelstunde, bis es losgeht. Denn natürlich sind auch heute einige Nürnberger hier zu einem Duell der Freundschaft neben dem Platz. Ist natürlich rein sportlich nicht von der Extrembedeutung, weil am Ende ist das am Platz natürlich noch mal wichtiger als eine Freundschaft neben dem Platz. Aber ist doch schön, finde ich auf jeden Fall, wenn es sowas gibt und man zumindest mal zweimal pro Saison an den 34 Spieltagen überhaupt keinen Stress hat, sondern ein gemeinsames Miteinander auf der Tribüne. Und auch darum geht es eben heute neben dem natürlich für uns sehr, sehr wichtig sportlichen Spiel. Nürnberg ist ja relativ im Tabell-Mittelfeld dabei. Da hinten ist es schon. Unsere schöne Arena zum Topspiel am Samstagabend um 20.30 Uhr. Stimmung ist schon jetzt gut, wie man hört. Auch vor der Arena. Hinten steht auch der Nürnberger Mannschaftsbus. Sind auch dreimalige Schalker mit dabei. Mit Florian Flick, der auch in der Startelf steht. Benjamin Goller auch in der Startelf. Plus Johannes Geis. Ein Transfer, den ich damals extrem gefeiert habe. Der nie so richtig geklappt hat. Zumindest nicht für das, was er gekostet hat. Ich mag extrem den Vibe bei so Frühabendspielen. Oder jetzt ist er gerade noch am frühen Abend mit dem Sonnenuntergang dabei. Geil. Und hier ist auch der Aussätzeingang. Aber heute ist ja eh alles egal. Das ging heute sehr flott. Und dann geht es jetzt auch endlich rein. Und da sind wir. Nordkurve schon sehr gut gefüllt. Nürnberg auch mit dabei. Geil. Eine halbe Stunde vor dem Film angekommen auf dem Platz. Jetzt kann es losgehen. Und wir gewinnen hoffentlich mit 2 zu 1. Auch wenn die Nürnberger ganz zuletzt oftmals sportlich den Kürzeren gezogen haben. Es ist trotzdem schön, sowas in Fußball Deutschland zu haben. Eine wirklich geliebte Fanfreundschaft. Und die ist auch heute wieder mit dabei. Zum ersten Mal übrigens auf Schalke für mich vor Ausverkaufen außen. Letztes Mal in der Zweitligasaison war es kurz vor Weihnachten. Ich glaube, da waren 10.000 oder 15.000 Zuschauer erlaubt. Heute vor voller Kulisse. Das kann gut werden. Heute gibt es mal kein Stadion Bier. Ich habe einfach Durst auf was Schönes, Süßes. Und deswegen also heute mal eine Spreit. Bei der Hitze draußen. Aber ganz geil. Ich glaube, ich teste zum ersten Mal oder trinke zum ersten Mal im Stadion Block eine Spreit. So bewusst für den Stadion Block. Kann man auch mal machen. Auf Schalker Seite mit Nino Tempelmann ja auch. Ein ehemaliger Nürnberger. Letzten Wochen verletzt gewesen. Plus wenig gespielt. Plus keine große Rolle gespielt. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Ich sage es fast jedes Mal, aber wenn diese Stimmung nicht motiviert, der gehört hier nicht hin. Wir brauchen drei Punkte, die Kulisse ist da, die Fans sind da, holt es euch. Boah, geil. Darf ich leider nicht filmen, wir hängen wohl über rechts, aber geil. Wow, ganz laut. Die Legende lebt von Schalke und Nürnberg. Wow! Flii! Der Steiger kommt aus. Der Steiger kommt aus. Der Steiger kommt. Der Steiger kommt. Der Steiger dans. Und saufen schlabs. Und saufen schlabs. Die Stimme, die Tür nach der Kampfschaft, unser Geist, der Kampfschaft, was schön aus uns war, wir haben uns, wir haben uns, wir haben uns. Null wie jetzt! Schalke! Null wie jetzt! Schalke! Null wie jetzt! Mit der Null-Null-Null-Simon! Terrone! Niva! Karaman! Zwei und vier, zehn! Toll! Karant! Hüte! Karant! Haben uns das große Glück gebracht! Die tausend Freunde, die zusammenstehen, zusammenstehen, dann wird der FC Schalke! Attacke! Jetzt holt euch diese Sieg! Und los geht's! Attacke! Für deine Farbe und Leben und Sterben bietet! Ist das, was uns am Leben hängt! Ist heute bist das Ganze auf der ganzen Wind! Das Ganze auf der ganzen nächsten Umwelt und E-Mail! Einen strike! Ja! Bis dann! Anfänger! Oh! Oh! Mensch mal zu mir das hat vom ersten guten Schwennen! Und die Rode mal wieder der beste Verteidiger. Verteidiger Rumpen, irgendwie ein ganz ganz komisches Spiel, wir haben 2-3 gute Gelegenheiten gehabt, aber auf defensiv stehen wir nicht wirklich solide, ganz komisch. Kommen wir das auf einmal an. Das gibt's nicht. Die Chancen sind auf unserer Seite, die Tore aber nicht. Mann! Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eckball Nürnberg Jetzt bringt das Ding in die Kabine Schalke 0-4 Es ist Pause auf Schalke und wir führen mit 1 zu 0 Das ist insgesamt finde ich auf jeden Fall verdient, auch wenn es generell kein überragendes Fußballspiel ist Es steht Top-Duell da oben, Top-Spiel drauf, bedingt durch die Anschlusszeit in Liga 2 Top ist auf jeden Fall auf den Rängen, beide Fennlager mit einer richtig guten Stimmung Aber auf dem Feld ist das sicherlich kein überragendes Fußballspiel Ist aus unserer Sicht aber auch egal Wir führen, es geht in Ordnung, weitermachen Defensiv sicher stehen, Offensiv-Nallestiche setzen Und auch heute bin ich mir sicher, nie gegen Hannover, wir brauchen das Zweite Was mir direkt auf einem Tor aufgefallen ist, war der Jubel Karaman rannte ja sofort zur Bank, auch zu den Auswechselspielern Wirkt logischerweise so, auch ein bisschen als die Gnallern außen Wir stehen zusammen, wir sind eine Mannschaft Nachdem es ja unter der Woche so viele Medienberichte gaben, die das Gegenteil behauptet haben Hatten ja auch Schalke Insight einige Male darüber gesprochen Holt euch das Ding nach Hause Dann haben wir auf jeden Fall erstmal eine gute Ausbeute Plus einen guten Vorsprung, weil eben die Konkurrenz bislang die Punkte liegen hat lassen Wir müssen sie holen Defensiv nochmal mehr Konzentration vorne, EBS 2.0 machen Von die 3.0 Können wir weitergehen Attacke Nuller Um Um Oh Hey, für mich Ball gespielt Aber es gibt den Elfmeter Ich habe mal da, ich kriege den Elfmeter Auf den ersten Blick hatte ich Ball gespielt, aber gut Gehen an Karaman Ja, dem wollte er wahrscheinlich etwas zugenau machen Weiter machen Weiter machen Jetzt holst du wieder eine Konkert Nein, kann das, Junge Stark Marius Müller Geiler Typ Und guter Keeper Steig gemacht Voll Kampanaje Top Hur Steigert Etwas mehr als das schon noch rum, das war die letzten Wochen immer der Bruch im Spiel. Gegen Pauli, gegen Paderborn, das war gegen Karlsruhe, gegen Hannover so. Ich hoffe, heute reicht die Power aus, denn wir brauchen ein zweites Tor. Corona wird behandelt und jetzt kommen Van der Slaut und Schallemerk. Ganz interessant also, dass Matriciani auf der Bank bleiben und Van der Slaut kommen rein. Stahl gemacht, ich darf das alleine machen. Schollalala, 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 Schollalala! Nach 10 Minuten holt euch diesen Siegmann! Und was macht ihr? Sie rottet! Ja, der war gut und der war knapp. Ja, jawohl! Ja, jawohl! Ja, Mann! Ja! Die 86. Spiegelte Tor für uns, die Mannschaft, so für Schalke! 0-4! Torschützen mit der 7! Paul! Segui! Paul! Segui! Schalala-la-la-la! Schalala-la-la-la-la-la-la-la-la! Und da ist genau das zweite, was uns sonst immer gefiltert. Wichtig ist die 3 Minuten vor Schluss. Jetzt bringt das Ding nach Hause. Schollenberg! Marius Möller. Teufelsgel! Applaus 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 Unsere Freunde aus Nürnberg, der sportlich gesehen natürlich unglaublich wichtig war. Denn damit gewinnen wir erstmal sechs Punkte Abstand auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Wir haben Stand jetzt. Fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Morgen spielen dann noch Braunschweig und Magdeburg, sprich nochmal zwei weitere Konkurrenten mit dabei. Aber Durchatmen ist erstmal für eine Woche angesagt. Und dann sind wir nächste Woche Freitag gefordert in Elversberg. Auch dort bin ich wieder mit dabei. Wird dann mal einen ganz interessanten Vlog geben aus dem Stadion, wo ich noch nie war. Wo sicherlich viele von euch auch noch nie waren. Und das wird auf jeden Fall ganz cool. Ansonsten gute Atmosphäre gewesen von beiden Seiten. Schön, dass es eine solche Fanfreundschaft gibt. Und natürlich umso schöner, dass wir die drei Punkte geholt haben, ohne jetzt in jegliche Euphorie zu verfallen. Weil dafür ist zu viel passiert und dafür stehen wir immer noch sehr schlecht da. Nächste Woche geht es weiter. Eure Meinung zum Spiel und zum Vlog in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und bleibt am Ball. Tschüss. great Untertitelung des ZDF für funk, 2017